Bekannt wurde er vor allem durch seine Liebesgedichte. Aber jemand, der fünfmal verheiratet ist, kennt sich da ja auch aus. Also fangen wir mal bei der Liebe der jungen Leute an. Radfahren von Heinz Karlau Lieben ist wie Radfahren. Man sieht dabei gut aus, wenn es so mühelos geht. Viele machen den Eindruck, als ob es ganz leicht sei. Von einem gewissen Alter an kann man das einfach. Sonst grinsen die anderen und spotten. Aber die Angst, auf die Nase zu fallen, schlecht auszusehen und ungeschickt, ausgelacht zu werden und abgewiesen, sich schämen zu müssen und traurig dazustehen. Lieben ist viel schwerer als Radfahren. Radfahren kann man allein. Lieben niemals. Da ist man immer Tandem. Aber gelernt muss es doch werden. Wie Radfahren. Wie schwierig der Lernprozess ist, zeigt das Gedicht zweigeschlechtlich. Sie stiegen vom Moped und legten sich zueinander. Waldwiese, Blumen und Schmetterlinge. In ihren Kopfhörern hatten sie jeder einen anderen Sender. Und manchmal scheitert dieser Lernprozess völlig. Familienalbum. Die blieben wohl ein Leben lang beisammen, weil Liebe ihnen nie im Wege war. Was es mit der Liebe wirklich auf sich hat, erläutert Heinz Karlau in dem Gedicht Ich liebe dich. Naja. Ich liebe dich heißt auch, komm schlaf mit mir. Es kann auch heißen, lass uns Kinder haben. Ich liebe dich. Ich bin sehr gern bei dir. Lass uns zusammen sein bis zum Begraben. Ich liebe dich heißt auch, sei zu mir gut. Mach mir das Leben leicht, dass ich nicht zwinge. Wenn ich allein wäre, fehlte mir der Mut. Ich liebe dich. Mach, dass es mir gelinge. Ich liebe dich heißt auch, es macht mich stolz, dass du mich mehr als andere begehrst und dass du mir, nur mir und keinem sonst, in allem, was du bist, allein gehörst. Ich liebe dich heißt auch, ich will so sein, wie du mich brauchst. Ich will dein Schatten werden. So nützlich ist dir keiner. Ich allein kann alles für dich tun auf dieser Erden. Ich liebe dich heißt jedoch immer, ich will dich für etwas haben, das mir Glück verspricht. Manchmal entsteht daraus, wir lieben uns. Erst dieser Satz hat wirkliches Gewicht. Diese Liebesgedichte haben ihn bekannt gemacht und haben dazu geführt, dass seine Lyrikbücher immer nach kurzer Zeit in der DDR ausverkauft waren. In dem anderen Deutschland wurde er nicht zur Kenntnis genommen, da er in der DDR blieb. Obwohl die ihn auch gerne losgeworden wäre, denn seine DDR-Kritik war der zweite Grund, weshalb seine Bücher so gut verkauft wurden. Ein paar kleine Kostproben, die die Zensur passiert hatten, das heißt in der DDR veröffentlicht wurden, die aber nicht die Grenze zur BRD passiert haben, denn dann wären sie in Westdeutschland gedruckt und veröffentlicht worden und das hätte zu einer Ausbürgerung geführt. Und Heinz Karlau wollte da bleiben, wo er aufgewachsen war. Elementares Bedürfnis Ich will gar nicht immer fort woanders hin, Mängel Mängel Leicht lässt sich unser Mangel an Rohstoffen, Devisen, Arbeitskräften, Ersatzteilen, Selbstbewusstsein, Humor und Großzügigkeit erklären. Aber woher kommt unser Mangel an Freundlichkeit? Kraftprobe Da haben Leute Macht auf mich ausüben wollen und nannten das Volksmacht. Und es war nichts weiter, als ihre private, verklemmte Lust, einen Menschen dahin zu bringen, dass er sich nicht mehr wehrt. Erbe Wenn wir den Sozialismus einmal gereinigt haben von seinen Alleswissern, werden von ihnen Zeugen noch eine lange Zeit Dummheit, Narben und schlechte Sitten. Als fünftes kleines DDR-kritisches Gedicht vielleicht noch eins, bei dem sie wissen sollten, dass die Rhodopen ein Gebirge in Bulgarien sind, wohin DDR-Bürger manchmal reisen durften. Dialog Wie gut sie wieder aussehen, waren sie in den Rhodopen? Aber nein, ich war in den Privilegchen. Wollen sie dieses Gedicht mal auf Westdeutsch hören? Gut, Dialog Wie gut sie wieder aussehen, waren sie auf Mallorca? Ah, nee, ich war in Liechtenstein bei meinen Schwarzkonten. Nun, vielleicht noch Heinz Karlos bekanntestes Gedicht. Bekannt auch deshalb, weil es meist in den Schulen auswendig gelernt wurde. Es handelt von seiner Tochter Christine. Für Christine Du legst in meine Hand dein winziges Gesicht Warm, blass und jung Und deine Augen, die noch alles anschauen müssen, Weil sie von allem viel zu wenig wissen Und dein vertrauensvoller kleiner Mund Noch unversehrt von Bitternis und Küssen Sind jetzt so still, dass mich ein Schreck durchsticht Du legst in meine Hand dein winziges Gesicht Du schaust mich an Nein, so erwachsen bin ich nicht Dass ich dir darauf Antwort geben kann Wann unsere Welt so warm wie meine Hände ist Da noch etwas Zeit ist Noch mein Lieblingsgedicht von ihm Das Lächeln Oft geschieht es, dass ich Leute treffe Die sich früher einmal mit mir kannten Und dann kann ich mich nicht mehr erinnern Wenn sie mir auch Ort und Namen nannten Auch wenn sie von sich und uns erzählen Höre ich zu und alles bleibt verhangen Bis sie lächeln Dann erst weiß ich wieder Denn ihr Lächeln ist mir aufgegangen Keiner kann das Lächeln eines anderen Darin muss er in sich selber bleiben So wird alles klar Mit ihrem Lächeln Sehe ich die Erinnerungen treiben Nur von denen, die nie lächeln konnten Wusste ich mir nichts mehr zu bewahren Und von denen, die seither vergaßen Dass sie lächelten in frühen Jahren Vielleicht hat ja diese zweite Sendung Über Deutschlands auflagenstärksten Lyriker Sie ermuntert Sein lyrisches Gesamtwerk Das ich im Aufbauverlag herausgegeben habe Sich zumindest in ihrer Buchhandlung mal anzuschauen 1200 Seiten Dünndruck Leineneinband Sogar ein Lesebändchen Und nur 18 Euro Dafür könnten sie sich die Gedichte Nicht selber schreiben On y soit qui mal y pense imoto Be bets Be bets Cuid